Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei euren Hunter-Again. Ich bin hier in WOT mit dem Jagdtiger 8,8 in einer Afterlobby. Wir befinden uns hier auf, äh, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht mal was hier losgeht. Ich bringe euch auf einmal einen Outtrack, Entschuldigung für diesen Moment. Ja, wer von euch kennt dieses Problem, dass einfach einer euch rannt? Naja, ich versuche hier gerade die perfekte Möglichkeit zu finden, damit ihr mich auch gut hören könnt. Ja, auf jeden Fall, äh, ich entschuldige mich für alles, was schon mal passiert ist. Also während der Zeit, wo ich nicht da war, äh, ich brauchte erstmal ein riesiges Aufnahmeprogramm wieder, damit das mal gut geht. Ja, folgendes, das Ding hat 250mm, 80-80. Allerdings ist die Oberwand stärker wie die Unterwanne, oder was sagt auch Wanne? Also der Turm, das obere Gehäuse, das vordere, das sind echte 250mm. Darunter sind es nur 190, 110. So, ich hab schon wieder diesen Outtrack gehabt, keine Ahnung was hier abgeht. So, ja. Die haben uns eine Kette abgeschossen! Wir stecken fest! Ich hab jetzt keine Ahnung, warum die jetzt abgeprallt sind. Ja. Folgendermaßen, hier, wie ihr seht's, die Unterwanne ist zwar abgeprallt, aber ich frage mich immer noch, wie das hingeht. Naja. Das, befinde ich mich in einem Gegenteil. Der ging voll durch ihre Panzerung! Ganz viel gesehen, habt's. Sie konnten nur um das Umfeld, wenn es 250mm sind. Der ging voll durch ihre Panzerung! Da kommt kein T-34 durch, das kann ich euch versprechen. Querschläger! Da sieht man schon wieder, ähm, die Deutschen haben schon gute Panzerbaus, bloß wissen, wie man mit ihnen umgeht. Ja, ähm, genauigkeit ist eigentlich nicht so schlimm. Und ich hab keine Ahnung, was hier abgeht. Also es tut mir echt leid, falls ihr mich nicht hört's. Aber bei WOT scheint's irgendwie öfters mal abzuschmieren. Naja, auf jeden Fall, ähm, der AT-88 hat eine Gun, 8,8 halt, wie der Name schon sagt. Er macht mit einem Schuss 240 damage. Hat einen Durchschlagkraft von 203mm. Mit Gold hat er sogar ein bisschen mehr. Auf jeden Fall, ähm, ich befinde mich hier natürlich in der Achterlobby. Deswegen kommen sie eigentlich nicht durch. Was mich sehr verwundert hat, dass die ART nicht herwirkt. Das hat mich jetzt ganz schön verwundert. Ähm, da war ich kurz auf K. Ja, ähm, da hat's grad jemand kurz angerufen. Aber... Wir haben sie nicht mal angekratzt! Ein Abraller bei einem T-32. Das ist immer noch das Beste. Im Moment, das passiert so. Der Kromwell... Keine Schau. So. Da sehe ich den Tiger II wieder, aber da komme ich natürlich nicht durch, weil ich nichts kann außer bei ihm den Mausikow und der ist zu stark gepanzert, um mit dieser wenig Durchschlagkraft durchzuführen. Allerdings, ähm, wie ihr seht's, nichts kam bis jetzt durch. Ich hab immer noch Volllife von 1.300. Was wir mit der T-32 so schwulverdicht ist, wie ihr seht's, die ganze Treffer... Aber ihr wisst, was ich meine. Der Panzer ist ein nicht schlechter Panzer, man muss bloß die Tigerstelle finden. Sobald das Ding einem stammt, hält es diese bis vier bis drei Panzerkoppen auf. Aber solange die Freunde, da ist hier, links von mir zum Beispiel, da ist der T-34 und der T-26 und hier, die halten zu auf der Sandzone, deswegen... Ja, kann ich aus der Entfernung wirken. Auch wenn ich den Tiger ansieht, grad nicht penetriere. Es ist eigentlich immer sehr... Wirkungstreffer! Außer im Feuerlaubnis... Weil diese Panzer... Bereit zu feuern! Sehr genau, aber... Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet! Jetzt hab bestimmt diese Tricks. Man zielt woanders hin, aber trifft Drops hin. Das versteh ich auch nie, aber... Der Schuss hat jetzt so, wie es aussieht, perfekt die Gun getroffen. Also richtig schön in den Kommandoturm reingepallert und erwischt. Ich... Hab jetzt halt... Ein Kill. Soweit ich noch weiß. Ähm... Ja... Ich hör schon wieder nix. Es tut mir echt leid, falls ihr das nicht hören könnt. Auf jeden Fall... Ähm... Der ging voll durch ihre Panzer rum! Jetzt kommt das Beste. Ich hab auf ihn eingewirkt, hab auf ihn geschossen, hab ihn in die Kette erwischt. Und Ziel auf die gleiche Stelle. Nur ein Beispiel von Beauty. Ziele fasst! Ziel verloren! So... Nächster Schuss. Wir haben sie nicht mal angekratzt! Ein Abrall auf ein T32. Pfanne, das ist immer schön, aber es passiert halt. Weil in diesem Winkel kommt man nicht durch. Da hab ich einfach... Hab ich vergessen, HE umzuladen. Aber... Ist jetzt egal. Auf jeden Fall. Ist passiert. Auf jeden Fall. Ich hab keinen einzigen Damage verloren. Hier nochmal zu den Daten. 232 und 64 Pen mit der HE-Granate. Und 234 Pen mit der Gold-Munbel. Allerdings glaub ich werde ich da mal ein bisschen Gold wegnehmen, weil das ist einfach zu viel. Nun ja! Da ich mir gedacht, da mein Freund nur noch ganz viel Leben hat... Ich glaub das waren 94 Live. Da ich mir gedacht, komm ich hab 1300 T32 rausgegeben. Erwischt! Ein zweiter Kill. Und äm... Einfach mal Gas geben. Das ist immer einer der besten Möglichkeiten, um... Die Gegner aufzuhalten Das Schönste ist an diesem Panzer... Man hat eine gewisse Geschwindigkeit... Wir haben sie böse erwischt! Ich bekomme hier den 424 Km-H, also 40 km in etwa. So. Und jetzt ist das Problem, was ich gemacht habe. Ich hab nicht gezielt, ich hab einfach geschossen und... Wir haben sie böse erwischt! Gunblender getroffen, beim T26 E4 weiß jeder, Gunblender kommt man nicht durch. Also, Tiger 2 und der war ne... Wirkungstreffer! Der ist auch nicht, ich hab mich angewinkelt, er ist auch so durchgezogen. E4! Wirkungstreffer! Der Grund, wo ich hingeschossen hab, warum es Wirkungstreffer war, war die Ketten. Weil bei ihm in die Ketten zu schießen ist eines der besten Möglichkeiten, um Damage und ihn bewegungsunfähig zu machen, damit du nicht in die Front schießen kannst. So, ihr seht's, schön aus Schauschen in die Ketten. Wenn ihr da trefft, könnt ihr ihn immer anstrengen. Winkel, aimen, zielen, schießen. Da ist der Tiger 2. Ich seh ihn. Versuch, für den gewissen Winkel zu kommen. Ziel erfasst! Wir haben sie nicht mal angekratzt! Ziel verloren! Perfekt. So. Zielseite. Haha, der ging voll durch ihre Panzerung! So, der Grund, warum ich in die Seiten geschossen hab, war, Er war zu stark im Winkel. So, mein Freund schießt. Driftoberwander, ich schieße nicht. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet! Weil das Ding hat einen sehr guten Pen von 203mm. Da hab ich mich eigentlich... Manchmal passiert's halt, man kommt durch. Aber das hier regt halt auf. Jetzt hat das... Freund tot, jetzt habt's hier ein Problem. Ja. Hier hab ich verschossen, ich hab kein Wunder, wie das geklappt hat. Aber, ja. Ich bin jetzt hier beim... ... dritten Kill. Oder es müsste schon sogar der vierte sein. Wenn ich jetzt mal so denke, ist es der vierte Kill gewesen. Da ist, äh, super... äh... Da sind die Panzerladungen zur Stadtbauten, da sehe ich den Tiger P. Sie ist in Arsch, sie ist in Turm, sie ist in Arsch, aber... Äh... Ja. Da kommt der K585. Und der... ... ist nicht... Ja, das ist ja auch schon. So. Ziele erfasst! Kurz rüber zielen. Die ist einfach dabei. Das ist eine Lücke. Die ist einfach dabei. Das ist eine Lücke. Ich seh sie nicht mehr! Da kommen sie nicht mal her und trauen sich die nicht so. Der ging voll durch ihre Panzerung! Turm geballert. Also das war ein richtig schöner Durchschluss. Das sieht man halt... ...deutschen 8,8 zum Schutz fahren. Sehr effektiv, wie ihr seid. So, K585 steht im Weg. Jetzt sehen wir die Gap und... Ziele erfasst! Ja, der... ...möcht sich ersaufen. Ha! Der ging voll durch ihre Panzerung! Und er versucht sich zu entziehen. So, muss er kommen. Nee, leider nach. Und... Erwischt! Durchschieße den Panzer... ...uhstäblich durch den Turm durch. Und ja, das war mein fünfter Kind. Ich habe jetzt einen schönen Damage gemacht. Ich hoffe es hat euch gefallen. Denn ja, lasst ein Abo oder ein Like da. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Let's have fun on World Out!